Niki, morgen am Abend Showdown in Hütteldorf, das Rückspiel zur UEFA Europa Conference League Qualifikation gegen den FC Baku. Was für ein Spiel erwartest du da morgen? Ich hoffe ein volles Stadion und ein intensives Spiel mit einem guten Ausgang für uns. Im Hinspiel haben wir zwei Gegenteile einstecken müssen, vor allem in der Offensive war Baku sehr stark. Welche Lehren hat man noch gezogen und was muss man morgen auf jeden Fall besser machen am Platz, dass man da noch den Turnaround schafft? Ich glaube speziell in den Umschaltsituationen war Baku sehr gefährlich, das müssen wir besser absichern hinten und nach vorne hin einfach die Chancen machen. Wir hatten genug in Baku und ja Fußball spielen. Wie wird unsere Spielanlage morgen sein? Auf Teufel komm raus von der ersten Minute oder doch ein bisschen taktisch? Ich glaube schon, dass wir das Spiel dominieren werden und am meisten Zeit den Ball haben werden und ja dann heißt es einfach Lücken finden, Lücken suchen und Tore machen. Noch zum Abschluss, wie wichtig kann der zwölfte Mann morgen am Abend sein? Ja, sehr wichtig, glaube ich. Ich bin froh, dass wir daheim spielen. Ich glaube, der kann es dann nochmal pushen und ich hoffe natürlich, dass viele kommen werden. Maxi, morgen ist das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League. Nefji Baku ist zu Gast. Vor einer Woche gab es eine knappe Niederlage. Was hat man aus dem Spiel gelernt bzw. was muss man morgen besser machen? Ja, auf jeden Fall gewinnen. Das ist unser aller Ziel. Wir spielen daheim. Da wissen wir, dass es ein komplett anderes Spiel wird als in Aserbaidschan. Wir haben die letzten Jahre, glaube ich, des Öfteren gezeigt, wozu wir im eigenen Stadion zustande sind, vor allem mit dem Fans in den Rücken und das wollen wir jetzt auch wieder zeigen. Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen und so schnell wie möglich den Aufstieg da fixieren und ja, da braucht es einfach eine konzentrierte gute Leistung und auf das werden wir jetzt hinarbeiten. Wir haben uns jetzt gut auf den Gegner eingestellt. Natürlich die schlechten Sachen, was wir in Aserbaidschan gemacht haben, werden wir natürlich trainieren. Wir schauen, dass wir diesmal besser machen und dann bin ich überzeugt, dass wir ein gutes Spiel zeigen und auch in die nächste Runde aufsteigen. Spielt es irgendeine Rolle, dass Baku am Wochenende fast die gesamte Mannschaft im ersten Ligaspiel geschont hat für dieses doch so wichtige Duell? Ja, für die ist es auch quasi wie das Spiel ihres Lebens. Aber alle spielen das nicht wirklich. Ich weiß nicht genau, wie die Liga dort ist. Sie haben trotzdem gewonnen, aber das kann uns komplett egal sein. Es wird wahrscheinlich eine ähnliche Mannschaft wie letzte Woche da auflaufen. Von dem her heißt es gut analysieren, die Fehler, die wir dort gemacht haben, einfach da nicht machen und denen unser Spiel von der ersten Minute aufzwingen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wir unser Spiel über 90 Minuten durchziehen und über längere Phasen das am Platz bringen, was wir auch drauf haben, dann bin ich wirklich überzeugt davon, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden. Und wenn wir das am Platz bringen, dann werden wir auch sicher aufsteigen. Danke, Maxi.